Ich bin sehr froh, hier zu sein. Schläge Gott. Ich habe gerade gesehen, was hier ist. Wirklich. Schön, dass Sie da sind. Das ist sehr gut, dass Sie hier sind. Amen. Ja, ich habe überlegt. Jetzt du mal. Und ich bin, glaube ich, 1991 oder 1992 das erste Mal nach Omsk gekommen. Ich bin, glaube ich, 1991 oder 1992 das erste Mal nach Omsk gekommen. Ich bin nicht nur alleine. Ich bin nicht nur alleine. Meine Frau war dabei. Und ungefähr 30 Niemce. Und ungefähr 30 Niemce. Die keine Niemce konnten. Die keine Niemce konnten. Aber wir haben hier überall auf den Straßen gesungen. Und die Leute haben uns zugehört. Die Leute haben uns zugehört. Die Deutschen haben gesungen. Und die Leute haben uns zugehört. Und die Leute sind gekommen. Und so haben wir damals drei Gemeinde. Die bringen wir hier in der Church in der Churchie in der Churchie in der Churchie in der Churchie. Vor uns war Bruder Sergei gekommen. Unser Missions-Team. Und er ist dann auch hier geblieben. Und wunderbar, was jetzt passiert ist. Halleluja! Wirklich wahr! Brat, Schüßdrat, Und ich war im Rollstuhl. Und der Simon hat mich auf den Rücken genommen und sieben Etagen hochgetragen. In unser Quartier, weil der Lyft nicht geht. Und meine Frau war kurz nach der Operation. Und wir konnten kein Gepäck tragen. Und die Aeroflot hat die drei Wochen, wo wir hier waren, nicht fertig gebracht, unser Koffer zu bringen. Wir hatten keine Kleidung. Wir hatten keine Kleidung. Und ich hatte keine Bibelung. Und ich hatte jeden Tag zwei-drei Mal Predigt. Und ich hatte jeden Tag zwei-drei Mal Predigt. Und meine Frau war ein bisschen klüger als ich. Und meine Frau war ein bisschen klüger als ich. Sie hatte so ein kleines Gideon-Neues Testament. Und ich hatte mal ein kleines Gideon-Neues Testament. Und das war meine Bibel. Das war meine Bibel. Das war meine Bibel, die ich aus der Kaffetrie. Aber das war wert, hierher zu kommen. Aber es war wert, hierher zu kommen. Amen. Amen. Inzwischen, habt ihr gehört, dass manche Probleme... Meine Frau ist heimgegangen. Und ich war zur Evangelisation in Norddeutschland. Ich war für die Evangelisation in Germania. Und wir hatten gerade angefangen, die Evangelisation. Und ich habe bei Privatleuten geschlafen. Und ich bin nachher durch die Fallgegangen gegangen. Und ich bin abgestürzt in den Keller. Und ich bin dort bewusstlos liegen geblieben. Und ich bin abgestürgt in den Messungen. Orang in jetzige Zeit und aus quem dort schlossen. Und ich bin bleib frig лет mother and editor. Mein Leben beschäftigt glaub ich. Das war meine Storko. Meine Z milliappen sind gebrochen. Und ich bin abgestür Academy. Und eigentlich nur dumme Leute reisen in solchem Zustand. Und ich vertraue auf eure Gebete. Jetzt schon über drei Monate erhebe ich meinen Kopf. Wie Jesus sagt, erhebe ich meine Hose. Ich komme. Und ich gucke immer, wann er kommt. Und ich freue mich auf die nächsten Tage. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Wir haben eine sehr gesgnete Konferenz in Angarsk gehabt. Wir haben sieben, achthundert Leute. Wir waren sieben, achthundert Leute. Wir waren sieben, 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 sieben. Wir waren sieben, 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 sieben. Wir waren sieben, 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 sieben. Grüße von Новosibirsk. Und so weiter. Und so weiter. Ein Wort Gottes möchte ich lesen. Ich möchte ich uns lesen und höre gut zu. Ich möchte einen Test machen. Ich möchte einen Test machen. Lukas, Kapitel 8. Lukas, Kapitel 8. Lukas, Kapitel 8. Die ersten drei Verse. Kapitel 9. those drei Vers. Und hier gibt es Informationen über Jesus. Was Jesus getan hat. Wenn ich euch frage, was war das Wichtigste, was Jesus gemacht hat. In dieser Geschichte. Werte Historie. Istilio? Ja, Propaganda. Dabei. Gepredigt, geheilt. Ja. Was war das Wichtigste? Самое главное hier ist durch die Dörfer. 100 Punkte. Jesus Christus. Jesus Christus. Woher? Woher? Ort zu Ort. По garam und selten. Ganz zu Welt. И Sibir. Ganz zu Welt. По всему миру. Jesus war на дороге. Denn wenn er nicht gereist wäre, если он не путешествовал, dann konnte er auch nicht predigen. Он не мог бы проповедовать. Dann hätte er auch nicht die Kranken gesehen. Тогда он и не видел бы больных. Und dann konnte keiner mitgehen. Und dann konnte keiner mitgehen. Und dann konnte keiner mitgehen. Aber Jesus reist. Aber Jesus reist. Но Jesus, Jesus был на дороге. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Это, знаете, очень важно. Dass Jesus seine zwölf Jünger genommen hat. Dass Jesus взял своих 12 учеников. Zum Glück waren da Frauen dabei. Хорошо, dass da auch ein Mädchen waren. Dann hat jemand gekocht und jemand wäsche gewaschen. Кто-то готовил, кто-то stir. Ja. Alleluia für die Frauen. Alleluia für die Frauen. Wo sind die Brüder? Wo sind die Brüder? Wo sind die Brüder? Alleluia für die Frauen. Alleluia für die Frauen. Alleluia für die Frauen. Alleluia für die Frauen. Amen. So, Jesus reiste. Jesus путешествовал. Ich will weiter nicht so viel darüber sagen. Ich will weiter nicht so viel darüber sagen. Das waren Missions-Einsätze. Das waren Missions-Einsätze. Er hat gepredigt. Er hat die Kranken geheilt. Er hat gelehrt. Er hat gelehrt. Und was haben die Jünger gemacht? A was haben die Jünger gemacht? Nichtsjewo. Nichtsjewo. Die Jünger haben nichts gemacht. Uchenki nichtsjewo nicht gemacht. Was haben die Frauen gemacht? Aber sie waren dabei. Das ist schon mal wichtig. Es ist schon gut, dass sie dabei sind, dass sie nicht zu Hause bleiben. Sie sind nicht zu Hause geblieben, sie sind nicht zu Hause geblieben, sie sind zu Barnauil. Amen, das ist schon was. Es ist schon etwas zu Hause, sie sind zu Hause, sie verlassen und in die Versammlung gekommen. Osteigte Televizor zu Hause und zu kommen, sie müssen auf die Versammlung gehen und dann muss man noch bezahlen. Und dann geht man in die Versammlung und dann muss man noch bezahlen. Die Jünger taten nichts. Und das, was man einmal tut, ist in Gefahr, dass man das vergisst. Und ich treffe immer wieder Leute, auch die, die damals hier in Omsk waren, die sagen, oh, so schön, es regnet. Ich habe oft mit Leuten, die hier in Omsk waren, in anderen Bereichen, und sie sagen, es war so gut, es war so glücklich. Wie geht's Denise? Wie geht's Dänis? Volker Baumann? Wie geht's Dänis? Wie geht's Dänis? Ja, das war so glücklich. Aber man vergesst das. Aber man vergesst das. Wir alle sind gefährdet, dass wir etwas Gutes machen, machen, was richtiges machen, was richtiges machen, aber wir wiederholen sind. Und da reden sie noch 50 Jahre davon. Wie schön das war. Aber für Jesus war das Gewohnheit zu reisen. Nicht nur im Urlaub, irgendwann mal am Feiertag. Und wenn wir jetzt Bibelstudio machen würden, dann würde ich euch fragen, zeig mir schnell, wo Jesus gereiselt ist. Und wir würden sehen, Matthäus, Lukas, Markus, überall. Jesus reiste oder hat auf Reise geschickt. Und er hat gesagt, geh hin. Und ich freue mich. Und ich freue mich. Für jedes Mal, wenn Jesus sagt, geh hin. Denn eines Tages wird er, geh hin, sagen. Weil er dann sagt, geh hin. In die Ewige Verdammung. Und ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Das kannst du nicht wählen. Aber es gibt auch ein zu spät, ein Geht hin. Aber es gibt auch ein Geht hin. Es ist eine Zeit, wenn es zu spät ist. Und es gibt auch ein Geht hin. Aber es gibt auch ein Geht hin. Wir haben gesungen, dass er sein Leben gegeben hat. Er wird eines Tages auch sagen, geht hin, wir verfluchten. Gut, wir werden darüber mehr sprechen. Aber jetzt komme ich zu einem anderen Text im Johannes-Evangelium. Jesus kommt zu seinen Jüngern. Da in Lukas 8, da waren sie mit ihm. Da haben sie nichts gemacht. Und jetzt hier in Johannes, im 11. Kapitel, kommt Jesus zu seinen Jüngern. Und er sagt, lasst uns wieder nach Judea ziehen. Und er sagt, lasst uns wieder nach Judea ziehen. Und er sagt, lasst uns wieder nach Judea ziehen. Und er sagt, пойдем опять zu Judea. 7. Kapitel, zurück. Nase, опять пойдем. Опять. Gehen wir nochmal. Pойдем опять. Jesus muss seine Jünger erinnern, dass sie wieder auf Reisen gehen sollen. Jesus muss seine Jünger erinnern, dass sie wieder auf Reisen gehen sollen. Jesus muss seine Jünger erinnern, dass sie wieder auf Reisen gehen sollen. Jesus muss seine Jünger erinnern, dass sie wieder auf Reisen gehen sollen. Und die Jünger sind so glücklich. Und die Jünger sind so glücklich. Ja, ученики такие счастливые. Machen wir einen Ausflug. Ой, давай на поездку. Sege Nezare. Ozeke Nezare. Kupatsche. Kupatsche будем. Sch Vamp, wieder auf Reisen. Nach Ideen. We're going to Judea. Aber lasst uns nach Judea gehören. Wir gehen nach Judea. Und wer wil da hin? A wie kto da hin? Nach Judea. Wie geht' uns nach Judea. Und Pete so. Und Herr zu. Wie reagierte die Jünger? Wie reagiert die Jünger nach? That Jesus gesagt, lasst uns wieder. Когда Иисус сказал, пойдем опять. Надо идти. Он сказал, Господи, неужели ты забыл Иисус? А ты знаешь, что было в прошлом раз? Мы один раз были, помнишь? Помнишь, что там было? Когда мы были на дороге, помнишь? У нас лучшая память, чем у Иисуса. Наша память, ой, 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 особенно, когда это что-то отрицательное. Мы забываем, что у нас есть Торти, что у нас есть Общи, что у нас есть мы забываем, что дал нам торт, что угостил нас фруктами, что помог нам. Но когда один раз что-то плохое пережили, вот это незабываемо. А Иисус об этом не думает. Но ученики знали. Что ты хочешь в Иудею? Мы лучше останемся возле Гезенерецкого озера. Здесь мы дома. Здесь наш бизнес, наша семья. И тёша и так меня отпустить не хочет. Мы останемся. Потому что прошлый раз, когда мы были там в Иудее, они бросили на нас камни, ни драгоценные камни. И такие маленькие рубины. Маленькие рубины такие. Они камни бросили. И помнишь, как тяжело это было. Они хотели в самом деле побить тебя камнями. Иисус знает, когда они китают камни, они бросили камни на Иисуса, они могут не попадать. А рядом стоишь и попадают на нас. Не пойдём. Не пойдём. Я знаю, что когда ваше работе как компьютер, это ищет вниматель. Очень важно найти причину не идти. честно. Очень много хороших друзья у меня есть, верующие. И даже последний день перед отъездом один брат звонил меня. Он сказал, Вальдемар, мне нужно сказать тебе, ты что, хочешь ехать в Сибирь? у меня приглашение в Швейцарий, чтобы отдохнуть. Вот я здесь. Иисус, они бросают камни. Ты забыл? Вальдемарь, в Иисусе, в Иисусе. Вальдемарь, Вальдемарь, в Иисусе. Вальдемарь, Иисус сказал, у меня там дело есть. Я хочу, чтобы вы были со мной. Чтобы вы пошли со мной. А что же там будет? Он сказал, мой друг. Мой друг. Мне нужно идти туда. Чтобы разбудить его. Мне нужно идти туда. Не просто будем молиться, давайте встанем, помолимся за него. Мы будем молиться за Лазаря. Отец небесный. Ты же бездет, ты все знаешь, ты слышишь все. Аминь. И молились за Лазаря. Проблема решена. Я один раз сказал нашему Пастору, после молитвенного собрания. Иисус очень рад этой собрании. Потому что мы точно сказали ему, что надо делать. А следующий понедельник мы опять соберемся и спросим его, почему он еще не делал. Мы же так его попросили. Да? Мы же плакали, что надо, Господи, почему ты не делаешь? Знаешь, Потому что ты не пошел. Иисус не говорит, ребята, давайте мы молимся за Лазаря. Он говорит, нам идти туда надо. Нам нужно будить его. Понимаешь? Бог нуждается в нас. Он хочет взять нас с собой. И еще хочу сказать, если есть какое-либо поручение, почему мы здесь для меня, честно говоря, мы хотим что-то будить, что уснуло. И сейчас если вдруг у тебя бумажка и ручка, запиши, потому что мы можем забыть, что уснуло. что умер, может быть. Вот хорошие друзья, Лазар, он хороший друг был. Имели общение с ним, вместе молились, пили, общались, радовались. А сейчас уснул. Ты помнишь людей, с которыми ты имел общение здесь, в Омске, в Новосибирске, в Парнауле, Кемерово, хоть где, которые сейчас спят. Мне еще хуже. Они умерли. Может, ты думаешь, ой, хорошо, что этот умер. Все время евангелизация, все время молитвенная ночь, все время на улицах, достаточно уже. умерли. 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 Сколько людей ты дал умереть? Иисус не пойдем к его могиле. И поплачем там. Я хочу идти, его будить. Что первое? Номер один. Никита, что первое? Я хочу идти. надо идти. Кто говорит амин? Тогда пойдем. Пойдем. И ученики ищут отговорки. Это же опасно. Это же далеко. и дорого. Представляете себе озеро Генесарецкого. Они же там все жили вокруг озера. Да. И идти в Юдею. Это в горах 140 километров 140 может. Я часто там был и ходил. на машине. Два часа. Для Иисуса три дня. Ученики за Ним шли. О, Господи, так жарко, так пылно, и кровати нет. нет плова, пирожки, борщи. Камни там есть. И когда ходишь, все по камням ходишь. Но когда они летают еще, лучше дома остаться. Остаться с мамой, с папой. Иисус говорит, нам нужно идти. Наш друг Лазар спит. Ой, это хорошо, хорошая новость. Он спит, если спит, то выздоравливает. Зачем тогда еще идти? Он же спит. Ой, хорошо, Лазар уснул, молились, и он спит. Уже не надо идти. Если спит, выздоравливает. Где-то они читали в лечебной книжке, когда больной спит, он выздоравливает. А почему еще туда идти? еще покупать апельсины? И он слег. Если спит, самое лучшее лекарство. Пусть спит. И исус говорит, ой, я такого не знал. Пусть спит. Нет, нам нужно идти. свежее. сердце. Значит, знаете, то весть, которую Бог положил мне на сердце, совсем свежее, новое. Нам нужно идти. Идти к тем, которые были нашими друзьями. В Лукас 8 Иисус евангелизировал. Евангелие от Луки Иисус шел на евангелизации. В каждом городе, в каждом поселке. А сейчас Иисус говорит, мы хотим в Иудею, мы пойдем в Италию и мы пойдем в Лазарь. Понимаете разницу? Новое служение, новое поручение, никуда нибудь не просто стоять и пытаться хоть кого-нибудь ловить. Нам нужно идти именно к Лазарю. Подумаем. Сколько таких Лазар ты знаешь, которые были с нами вместе, которые здесь стояли и пили, может, стояли за кафедрой, может, даже проповедовали, строили, работали, где они сейчас ночуют, где мы похоронили. И навалили этот большой камень. лазарь, 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 und er will dich erinnern und mich erinnern und mir erinnern an Lazarus weißt du was ich meine, André? kennst du ein paar Lazarus? kennst du ein paar Lazarus? die schlapen ich sage, sie stinken schon du sagst, sie stinken schon ja, es ist so eines Tages mit Jesus und heute stinken sie sie waren mit Jesus und heute stinken sie nach Zigaretten nach Alkohol nach Wodka stinken nach Geld bei uns sagt man Steinreich und noch schlimmer stinkendreich und Jesus sagt komm und er lässt nicht locker und er kann nicht mit Jesus lassen uns nicht und die Menschen lassen uns nicht und sie können sie gingen dorthin sie kamen zum Grab Jesus weinte dort, Jesus weint über den stinkenden Lazarus. Er ist dort, um nicht nur allgemein zu beten, aber Jesus kommt nicht einfach, um zu beten, um zu beten. Herr, alles Schlafende, um zu beten, um zu beten. Nein, zu Lazarus. Dieses persönliche Gebet. Und ich sage euch, ich bekenne euch. Wir vergessen, hinter so allgemein zu beten, Herr, segne alle. Und er betet für ihn. Aber Jesus ist anders. Er betet zu ihm, persönlich. Er betet zu ihm, persönlich. Und er betet für ihn. Er sagt, nicht die Toten kommen raus. Er sagt, alle merteilen, wenn alle Toten aufgestanden sind. Er sagt, alle Toten aufgestanden sind. Und eines Tages werden alle Toten aufgestanden. Und es kommt, wenn alle merteilen, wenn alle Toten aufgestanden sind. Aber in diesem Fall, Lazarus kommt raus. Das persönliche Gebet, das ist wichtiger, als wir uns für uns für uns. Und hör zu, heute Abend möchten wir für dich persönlich beten. Und wir möchten für deinen Freund beten. Und ich möchte dir empfehlen. Und ich möchte dir empfehlen. Noch heute, am besten hier aus der Kirche. Ich weiß nicht, ob man hier telefoniert. Ich weiß nicht, ob man hier telefoniert. Ich weiß nicht, ob man hier telefoniert. Dann benutze das Wort. Dann benutze das Wort. Wenn wir beten. Dann holst du deinen Freund an. Und dann sagst du ihm, ich bin in der Kirche. Und du sagst, ich bin in der Kirche. Und du willst du? Ich möchte dich wegkennen. Vielleicht heute noch hin. Vielleicht heute noch hin. Может быть, heute noch hin. Может быть, heute noch hin. Wir warten noch hin. Wir stehen hier und ich bin überzeugt, die werden staunen, wir hatten Weihnachtsfeier bei der AVC. Und mir ging es nicht so gut. Und ich sage zu Kreml, bleib du hier, ich gehe schon mal nach Hause. Ich gehe nach Hause, und mir fehlt ein Name. Ein Läzer, ein Läzer. Ein Läzer, der war gläubig. Und ich rufe ihn an. Ich rufe ihn an. Ich sage, hallo, wie geht's, was machst du, чем занимаешься? Er sagt, ich so gut. Er sagt, ich so gut. Ich sage, Raini. Ich sage, Raini. Ich sage, und jetzt geh zu deiner Frau. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Er hat mir einen dicken kuss gegeben. Er hat mir einen dicken kuss gegeben. Das nächste Morgen, das war Sonntag. Die Frau war treu. Sie ging in die Versammlung. Sie ging in die Versammlung. Sie steht in die Versammlung. Sie sieht, ihr Mann steht auf. Sie sagt, sie ist noch früh. Sie sagt, sie ist noch früh. Sie sagt, sie ist noch früh. Sie wissen, sie müssen in die Versammlung. Ich gehe jetzt in die Versammlung. Sie sagt, sie ist noch früh. Und von da an, immer, immer wieder. Und der Pastor hat mir gesagt, der beste Diakonin, der Treuste ist. Der beste Diakonin ist Rani. Läzer war auf. Läzer war auf. Was für ein Läzer? Was für ein Läzer? Er war in der Ewigkeit. Er war schon in der Ewigkeit. Er war schwer. Er war dann, und er war. Er war in der Ewigkeit. Er war in der Ewigkeit. aber wenn die große Stimme kommt, dann wird er da. Willst du das? Willst du das? Ja, Halleluja! Ja, Halleluja! Wie schön! Wenn Jesus wieder wieder weg ist, Er war aufstehend. Er war aufstehend. Er war mit Jesus am Tisch. Er war ein glückliches Mann. Alle Juden wollten ihn убить. Und alle Jews wollten ihn убить. Lies die Geschichte im 12. Kapitel. Weil die Leute hingegen und glaubten an Jesus wegen Lazarus. Amen. Amen. Die Leute werden dich hassen. Die werden schmutz auf dich schmerzen. Die werden dich verletzen. Sie meinen Jesus, aber sie treffen dich. Haben Sie verstanden? Wenn nicht, dann müssen wir weiterreden. Sag schnell ja. Sag schnell ja. Sag schnell ja. Dann müssen wir reagieren. Ich möchte heute Abend. Einmal für dich. Dass du neu erweckt wirst. Dass du neuem Leben kommst. Dass du ein neues Leben kommst. Dass du einen neuen, neuen Geruch bekommst. Dass du einen neuen Geruch bekommst. Nicht den Geruch des Todes. Nicht den Geruch der Welt und der Sünde. Nicht den Geruch der Welt und der Sünde. Nicht den Geruch der Geld und der Vergnung. Nicht den Geruch der Geld und der Vergnung. Und nur noch für Sport und der Sport. Und nur noch für Sport und der Sport. Sondern den Geruch des neuen Lebens. Aber den Geruch des neuen Lebens. Vielleicht musst du losgebunden werden. Vielleicht musst du losgebunden werden. Dann musst du einigen dem Lazarus die Bindungen abnehmen. Und du hast du einen gewen. Lange hast du das und es bedeutet. Dass du ihn mindestens. Und du hast du dich. Ich möchte das. Wenn du einige, der das will. Es ist jemand, der das will. Du kannst das. Ich bin in Sankt-Petersburg. 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 Ich bin in Sankt-Petersburg.